Das wird wieder einige verwirren, wenn ich das jetzt tue. Moment. So? Ist besser? Aber das ist doch sehr merkwürdig, der Kug ist doch... Ist das nicht merkwürdig? Und das ist erst die Alpha. Ja, das ist die Alpha, Niklas, ganz genau. Und Hallöchen. Das macht selbst das Kartoffelschirchen Spaß. Rechts lassen? Rechts lassen. Rechts lassen. Rechts lassen. Das ist rechts. So. Rechts lassen. Guck mal hier hin, wo war es denn? Hätte ich mal nicht mitgedacht. Ah, okay. Gut, gut, gut. Ich habe es wieder rechts gemacht. Alles schick. Alles schick. So, warte mal. Ah, geil. Das funktioniert einmal frei. Also mit dem Kopieren von dem Teil läuft super. So. So, da haben die hier auch ein bisschen Licht. Wir müssten jetzt natürlich den Weg hier auch noch beleuchten. Ähm, das machen wir auch direkt. Heisenthal. Vielen Dank für den Follow-Up-Show. Herzlich willkommen. Gott sei denn, bin ich überhaupt nicht perfekt. Ich weiß, ich könnte die auch einfach irgendwie stellen. Also, ich weiß. Aber als die Irrisch ist, wie ich jetzt bin. Und bis jetzt bin ich jetzt einmal ein bisschen. Tönen. Ja, jetzt bin ich aber. Ach, ich bin einfach. Ich bin fast. 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 Du bist 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 bist. es hat noch nicht ganz hin ich glaube so oder so einigermaßen oder mein stück zurück so okay toilette erfolgreich ausgeleuchtet war mir jetzt wichtig immer noch in die gleiche ecke wo sonst die fähigkeiten setzt sich umgedreht oben in die mitte vom bild nehmen wir bleiben jetzt da wo sie vor allem dazu geflastert weißt du sie ist zugeflastert mit diesen teilen spiele gerade so sehr mit der kamera rum was häng ich denn jetzt die ganze zeit so ich glaube ich hätte hier gern noch warum geht es hier kann man doch eigentlich wenn sie dort welche machen geht es doch dann hier auch hier noch einen hin steht er jetzt auf dem boden die der schwebt irgendwie über dem felsengrad glaube ich nein sitz liebe lampe sei eine liebe lampe dann kannst du sagen du bist badgirr ebenfalls frohe ostern snow hallöchen was genau spielst du da planet coaster planet gold planet coaster ich danke dir dafür aber du hättest es ausschreiben können schreiben wäre auch in ordnung gewesen ist mir lieber als double accounts mizu streamt hallöchen schade dass das terraform nicht geht ja das kommt alles noch es kommt alles noch zeig mal dein park ich habe gerade erst angefangen tetern ich habe gerade erst angefangen im moment habe ich es nur in den in der einen stunde gerade geschafft diesen dieses absolut geile na komm schon dieses absolut geile hutgeschäft hier zu basteln dieses absolut geniale hutgeschäft das hier und wir haben bisher nur was mache ich denn nur gerade mit der kamera also ich glaube so richtig haut noch nicht hin und dann haben wir im moment diese eine attraktion und haben eine toilette da das ist bisher alles in einer stunde ich möchte dich zu sehr sehr schön es nur du kannst doch sicherlich roller coaster tycoon mit sicherheit im prinzip ist es also vom prinzip her ist es das gleiche nur in hübscher besser und überhaupt aber eben noch in der early bird also early access und noch nicht raus und überhaupt ich weiß dass da ein stein auf dem weg ist dominik aber das stört die leute nicht also die laufen da trotzdem das ist denen ziemlich egal die würden sogar durch ein schiff laufen wenn das auf dem weg wäre so jetzt könnten wir natürlich hier direkt mal noch so ein bisschen was anbauen ich müsste gerade kurz mit sanu abklären und seine zeichensprache verstehen ja ne das glaube ich nicht das bleibt einfach die ganze zeit in dieser early bird version und dann kommt es raus ist nur ne deponia werde ich heute nicht mehr machen das kriege ich heute nicht mehr rein ich hatte dann ich hatte so lust noch mal in planet coaster reinzuschauen einfach gedacht habe wir machen heute noch mal planet coaster und dann ein andermal das würde ich gerne hier hinstellen glaube ich und dann ein andermal nochmal deponia ja weiß noch nicht wann ich jetzt gern gerade zu diesem snap point ist das jetzt gerade ist noch nicht exakt glaube jetzt ist es exakt gerade nee noch nicht ganz jetzt das ist gerade jedenfalls wenn man dem hier vorne vertrauen darf sieht es recht gerade aus okay ist das jetzt noch ein bisschen in den nach unten gesetzt nö ach geht auch gar nicht weiter nach unten okay gut du musst die warteschlangen viel länger machen muss ich nicht wieso warum müssen muss ich schon mal gar nicht und wenn ich sie bloß einen meter mache und da ist doch nicht mal voll also hier ist doch hier ist das doch ganz entspannt vom warten hier die haben doch genug platz ich glaube bei den achterbahnen wird es dann wirklich wichtig wie wie lang die sind die 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 von oben aussieht wie ich denn kannst du dich in fahrgeschäften umlaut ja heisenberg 1979 vielen lieben dank für die von und dankeschön Ah ja, ich verstehe das immer noch nicht. Lange wart. Schlange gleich wirkt interessanter. Na dann verschieben wir das Teil nochmal. Boah, hat der das jetzt? Ne, das hat der nicht. Okay, ich wollte schon sagen. Dann machen wir das ein Stück weiter weg. Und wir können ja dann, zumindest hoffe ich, dass wir dann den Weg einfach ein bisschen füllen mit interessanten Dingen. Okay. Na gut, dann wollen wir mal Länge vielleicht zwei. Ne, wir bleiben bei Länge eins und gucken, was passiert. Wir machen einfach so eine kleine Warteschlange, die sich so ein bisschen dreht, würde ich sagen. Wir dann noch so ein bisschen Zeug einfach dazwischen bauen können. Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein Stück ran kann. Okay. Die ist auf jeden Fall länger. So. Mach doch mal eine 9er- oder 10er-Bahn. Was? Zu viele Wege hast, und die Besucher dann nicht zu den Geschäften kommen. Was? Wie, die kommen nicht zu den Geschäften, wenn meine, wenn meine, wenn die Warteschlangen nicht lang genug sind. Das verstehe ich nicht. Ich muss mehr Leute Geld zahlen, weil die Kinder eine kleine Blase haben. Und dann werden mehr Leute in den Park kommen, weil die Reisenden... Hä? 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 Okay, also wir haben jetzt hier eine längere Warteschlange. Und jetzt müssen die ja aber erst mal ein bisschen hinterlatschen. So. Wo kommen die hier überhaupt runter? Ach, hier. Die müssen quasi... Wie müssen die denn laufen? Die müssen ein bisschen hinterlaufen, dann nach unten, und dann kommen die da rüber. Na, Freude. Wer macht denn das? Macht das überhaupt jemand? Freiwillig? Ach so, der ist ja noch gar nicht offen. Deswegen wird sich da sowieso noch keiner bewegen. Wir brauchen aber noch einen Ausgang. Öffnen können wir es ja schon mal, wir brauchen aber dennoch einen Ausgang. So. Ausgang ist in Ordnung. Jetzt können wir direkt so eine Lampe nochmal duplizieren. Boop. Warte, wir fangen hier an. Hast du so viele Wege sonst noch gebaut? Ich hab gar keine Wege gebaut, Niklas. Die Wege waren schon da. Die waren schon da auf der Map. Die waren schon da. Hm. 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 Hopp. Ich glaube, so ist okay. Ähm. 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 Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen, ein bisschen, dass das hier ein bisschen freundlicher aussieht. So, und jetzt fangen die nämlich auch an, hier nach hinten zu latschen. So, damit sie auch, ja, hier rein können. Szenerie. Wir brauchen ein wenig Szenerie. Kann man eigentlich an die Dinger hier... Ach, du Scheiße, ist das groß. Größer ging's nicht. Mach Ausgang kurz. Kürzer ging's nicht. Hm. Schön, dich zu verwirren, ja. Was zum vielen Dank. Morgen gibt's Lasagne. Bei mir auch. Ich krieg morgen auch Lasagne. Niklas, das ist ja auch in Ordnung. Aber dennoch, wie gesagt, ich hab die Wege hier nicht angelegt. Die waren schon da. Die sind auf der Map hier schon, äh, von Anfang an da, diese ganzen... Also der Weg nach hier hinten war schon da, das hier rundherum, die zwei hier und das hier. Das war alles schon da, das hab ich nicht, äh... Also ich kann das natürlich abreißen, aber das muss ich im Moment noch nicht. Im Eingang steht eine Lampe. Oh ja, das ist, äh, gut, dass du mich drauf hinweist. Die entfernen wir mal. Ja, das sah blöd aus. So, was haben wir denn? Hm, 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 hm. Ich würde hier gerne ein wenig... Was ist denn das? Ah! Ah! Ja, das könnte man eigentlich, wenn man das jetzt dreht. Das dreht so rum. Ah, jetzt ruhig hier hinpacken. Ähm, am, am, am. Ein paar immer noch hin, weil ich es prinzipiell nicht mag, wenn man, äh, das unten sieht. Im unteren Bereich. So. Kraken-Tentakel? Really? Ah, wie geil! Wie geil! Feier ich! Plus gucken, bis wohin der sich ausfährt. Maximal. Ich glaub, so, oder? Nee, reicht immer noch nicht. So. Reicht immer noch nicht. So. Dann verschwindet der ganz. Das ist jetzt nicht so schlimm. Der kommt ja so aus dem Boden raus. Was da sind? Du schließt das. Was würde wohl passieren? Keine Ahnung, Dominik. Weiß ich nicht. Vermutlich würden sie einfach wieder rausgehen. Snowy, ich kann nicht. Snowy, es tut mir leid, aber ich kann nicht auf jeden Wunsch eingehen. Ich kann nicht auf jeden Spielerwunsch eingehen. Das funktioniert nicht. Ich kann es nicht auf jeden Falle in Quietschne. Vielen Dank.